Geht ein Rocker in den Blumenladen und sagt, wo sind denn hier die ganzen Roses? Ach du Scheiße. Ich hätte gerne Milch zum Kaffee. Ich habe Fettarme. Das sieht man. Trotzdem hätte ich gerne Milch zum Kaffee. Wie denn bei einem Polizist ohne Haare? Glatzkorb. Die Mitarbeiterdiebstähle in Deutschland haben zugenommen. Ich habe eben hier hingeguckt, sind auch alle Mitarbeiter da. Was ist weiß, fettig und fliegt über eine Wiese? Die Biene Mario. Endlich sind die alle weg.